Ja, dann kommt jetzt das zweite Infovideo in Folge, denn ich weiß jetzt endlich, was mit der GameCapture Card ist. Mit dem HDMI-Input stimmt irgendwas nicht und ich brauche einfach ein neues HDMI-Kabel, weil ich derzeit kein anderes Hub und ich heute auch nicht mehr hinzukommen, in Mediamarkt zu fahren, fahre ich morgen direkt nach der Schule dahin, sodass dann morgen spätestens übermorgen wieder Videos kommen. Und ja, wer trotzdem Videos von mir haben will, ich habe einen zweiten Kanal aufgemacht, wo dann Minecraft-Sidex kommen, der kann einfach vorbeischauen, dafür brauche ich halt keine Capture Card, sondern nehme das Ganze hier, wie hier auch mit Bandicam auf. Und ja, das war es auch schon, ich verlinke euch den Kanal in der Beschreibung, bleibt dran und dann sehen wir uns wieder morgen oder übermorgen bei einem normalen Video. Tschüss!